Seit geraumer Zeit gelten die Traktoren der Serie 700 von Fendt als Vorreiter in dieser Leistungsklasse. Mit der Serie 700 Vario S4 präsentieren die Bayern ihre neueste Entwicklung. Für den Antrieb setzt Fendt auf den bekannten Sechszylinder-Motor von Deutz. Mit einer ge-tunten Abgasrückführung und SCR-Technik erreicht dieser die Abgasstufe Tier 4 Final. Ein 400 Liter großer Diesel und ein 38 Liter großer Adbu-Tank sind glücklich. Mit einer Hilfe Verst Fell Verst Auch hydraulisch hat der Traktor einiges zu bieten. Serienmäßig ist eine Verstellpumpe mit 109 Litern pro Minute. Optional sind 193 erhältlich. Der Heckkraftheber stemmt berachtliche 10,4 Tonnen. Die Heckzapfwelle verfügt serienmäßig über die vier gängigen Zapfwellengeschwindigkeiten. Ein Frontkraftheber mit 4,4 Tonnen Hubkraft ist serienmäßig. Die Kabine ist fremdtypisch aufgebaut. Alle Funktionen sind griffgünstig und intuitiv angeordnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017